Hallo, wir sind zwei von 18 Auszubildenden der Sparkasse Dillenburg. Heute möchten wir dir zeigen, was wir in unserer zweieinhalbjährigen Ausbildung alles so machen, wo wir eingesetzt sind und was wir erleben. Hi, ich bin Katrin. In unserer Online-Filiale trittst du per Beraterchat mit den Kunden in Kontakt. Auch WhatsApp und das Telefonieren gehören hier zum täglichen Beraten dazu. Hallo, ich bin Christina. Zurzeit darf ich in die Marketingabteilung der Sparkasse schnuppern. Hier wird dir unter anderem erklärt, wie Werbung und Mailings erstellt werden und du hast die Möglichkeit, im Social-Media-Bereich der Sparkasse mitzuwirken. Hi, ich bin der Max. Ich bin derzeit im Firmenkundensender tätig. Hier bringt man dir bei, wie du die Geschäftszahlen richtig liest und verstehst. Besonders spannend ist die Übungsaufgabe, ein eigenes Start-up zu gründen. Hallo, ich bin die Annika. Aktuell werde ich im Immobiliencenter ausgebildet. Hier lernst du, wie wir unseren Kunden den Bau von Häusern und den Kauf von Immobilien finanzieren. Hi, ich bin der Calvin. Ich möchte dir zeigen, wie deine Ausbildung im Privatkundenbereich startet. Und zwar lernst du hier, wie du Kunden eröffnest, Beratungsgespräche führst oder auch die digitalen Produkte, wie zum Beispiel das Online-Banking dem Kunden näherbringst. Dazu hatten wir übrigens als zweites Lehrjahr auch ein Azubi-Projekt gestaltet. Wir haben zweimal in der Woche Berufsschule und das jeweils am Vormittag. Zusätzlich haben wir innerbetrieblichen Unterricht, was uns super unterstützt, die einzelnen Inhalte von Berufsschule und Ausbildungsplatz zu verknüpfen. Dieser wird von unseren Kollegen geführt und hilft uns, ein besseres Gesamtverständnis zu entwickeln. Zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung geht es für vier Wochen in unsere Sparkassenakademie, um dort alles, was wir für die Prüfung brauchen, nochmal komprimiert zu wiederholen. Das ist eine richtig gute Zeit, die man dort mit anderen Auszubildenden verbringt. Wir haben dein Interesse geweckt und du hast Lust, deine Ausbildung bei uns zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter sparkasse-dillenburg.de.